Ich bitte als euren Knappen. Ich möchte die Pflichten eines Schildes vom Besten lernen. Ich muss dich leider enttäuschen, Oskar. Ich hab schon meine Schild. Aber ich bin kein Schild mehr und ich war nie der Beste. Und Zeit in der Gesellschaft eines Geächteten zu verbringen scheint kaum angemessen für jemanden, der den Eid leisten will. Tante Hannah hat einmal gesagt, dass ein Mann nicht durch Titel geadelt wird, sondern durch seine Taten. Ihr habt als Nachfolger des ersten Sith viel erreicht und dabei nicht weniger Ehre erworben. Ich würde lieber einem ehrbaren Geächteten dienen, als einem unwürdigen Schild. Nicht das Sir Wade und die anderen Hüter. Ich will sagen, ich... Ist schon gut. Wir wissen, was du meinst. Alles, was er lehren kann, habe ich ihm gelehrt, Milord. Aber ein Knappe. Was hast du denn dagegen? Du warst mal ein Knappe. Sir Rodney würde es sicher gut heißen. Das glaube ich. Ei, ei, ei. Ich werde so viel Nachsicht walten lassen, wie dein Onkel bei mir. Anders würde ich es nicht haben wollen. Nämlich gar nicht. Jetzt kriegt er direkt eins in die Fresse. Immer auf alles gewappnet sein. Gut, löse die Probleme von Dallimil. So, finde das... Oh, jetzt habe ich es mir... So, wo haben wir denn Dallimil? So, ähm... Jetzt habe ich mir das Königsbrett nur ganz kurz angeguckt. Ja, komm. Die Nebenquest. Hört sich doch schon komisch an. Lubor. Hey, Finger weg. Jill ist... Ja. Ich schneide dir dein Ding ab. Wie hast du mich genannt? Sag das nochmal! Ah, wie auf Kommando. Wie du hörst, sind wir noch bemüht, eine gemeinsame Antwort auf Dallimils Banditenproblem zu finden. Wenn wir so weitermachen, werden nicht die Namen der Banditen auf unseren Grabsteinen stehen, sondern unsere eigenen. Ich habe wirklich versucht, die Streithähne zur Vernunft zu bringen, aber auch die Wüstenhäsen hat ihre Grenzen. Sollen wir mal mit ihnen reden? Warum sollten sie auf uns hören? Warum sollten sie das nicht? Hm, sie hat nicht ganz Unrecht, Sid. Ein Versuch kostet nichts. Noch nicht mal sonderlich viel Zeit. Sie sind gleich da drüben. Wenn der Schmied die nicht zur Vernunft bringen kann... Warum ich? Dann mal einfach dem Geschrei nach. Ey, yes, Sid. Verwandle dich in der Esper und die lutschen dir alle die Eier. Dein ist roh im Karton. Jawohl, Schwester, dass dir von dem Lapp nichts gefallen. Wenn du nicht so gut wären, würdest du nicht solche Töne spucken. Blut für Blut, keine Diskussion. Wir heuern Söldner an. Die machen dieses gesamte Pack einen Kopf kürzer. Und dann haben wir hier Ruhe. Und was machst du, wenn die Söldner genauso abgemetzelt werden wie deine Männer zuvor? Einfach noch mehr anheuern? Das Geld wäre hundertmal besser investiert, wenn wir neue Vorräte für uns davon kaufen. Söldner bringen, nur noch mehr Blut vergießen. Und damit werden wir unsere Mägen nicht füllen können. Hast du gehört? Ach. Aber was ist, wenn sie zurückkommen? Vielleicht wollen sie deinen Kopf als nächsten. Schluss jetzt. Alle beide. Noch ein Wort und ich werfe euch eigenhändig hinaus. Benehmt euch wie Erwachsene. Dann reden wir weiter. Die beiden sollen sich mal küssen, dann ist gut. Oder es sind Geschwister. Dann war mein Vorschlag widerlich. Victor. Was macht er hier? Sid. Und Lady Jill. Was führt euch hierher? Aber wir kümmern uns mal um die Partiti. Das würde ich dich auch gerade fragen. Kostnice versinkt im Chaos. Und die Märkte könnten genauso gut schließen. Der Dornenkuss hier in Dali Mill ist der einzige Laden, wo ich überhaupt noch an Waren komme. Deshalb war ich heute auch hier. Und dann hat Lubur mir von dem Streit erzählt. Er hoffte, ich könnte die streitenden Parteien zur Raison bringen. Aber wenn ihr hier seid, heißt das wohl, dass seine Geduld erschöpft ist. Wer sind denn die beiden? Das waren die Wortführer der beiden Parteien. Und der Grund, warum diese Stadt vielleicht bald so endet wie Kostnice. Schuld ist dieser verfluchte Himmel. Diese Finsternis treibt wirklich jeden in den Wahnsinn. Wie auch gut an dieser Stadt zu sehen ist. Der Himmel ist ein Problem. Der Streit das andere. Und dafür muss doch eine Lösung zu finden sein. Das hoffe ich. Ich hoffe es sehr. Ach, wir kümmern uns um die Banditen in das Ruhe. Oh, komm schon ernsthaft. Na, schönes Dilemma, oder? Für mich war das ein Raum voller verunsicherter Leute. Und sie haben guten Grund, das zu sein. Aber in eurer Lage könnten Angst und Streit gut das Ende der Stadt bedeuten. Ganz meine Rede. Echt, du bist ratlos? Wir wollen beide Seiten nichts als ihre Heimat retten. Nur können sie sich nicht einigen wie. Und solange sie nicht auf einen Nenner kommen, sind wir verwundbar. Und wenn es eines gibt, das Banditen anlockt, dann ist es leichte Beute. Was hätte Sid, der Geächtete, wohl getan? Tja, so wie ich ihn kannte, würde er sie einfach machen lassen, um einzuspringen, wenn sie alles in den Sand gesetzt hätten. Das klingt nicht nach der klügsten Strategie. Ja, momentan stellen wir hier auf eine Katastrophe zu. Aber bestünde die Möglichkeit, dass wir sie dazu kriegen, genau das selbst zu erkennen? Momentan ist nicht daran zu denken, dass sich einer von den beiden auf die Strategie des anderen einlässt. Aber wir könnten sie dazu bringen, ihre eigene anzuzweifeln. Und dann präsentieren wir ihnen eine dritte Option. Die da wäre? Uns aufzuraffen und die Stadt mit vereinten Kräften zu retten. Warum sollten wir streiten, wenn... Wenn all der angestaute Unmut auf die Banditen gerichtet werden kann. Mir scheint, als hätten wir einen Plan. Lass sich ja wieder die Banditen klatschen. Du gehst zu Konrad. Red ihm irgendwie ein, dass er auf dem Holzweg ist. Ich gehe zu Natalia. Ich versuch. Natalia. Okay. Natalia. Hm. Eure Gesichter sind in dieser Stadt eher unbekannt. Das könnten wir nutzen. Keine Sorge. Victor und ich übernehmen das Reden. Ihr müsst einfach nur mitspielen. Mitspielen? Womit er sagen will, ja gern. Was macht die Jill? Die ist besser am Reden. Ah, da ist sie ja. Die Herren der Speere höchstselbst. Konrad. Erlaube mir dir Jane vorzustellen. Die Anführerin der Rotschwingen. Der ältesten Söldnergilde in den freien Städten. Ich bin geehrt, Milady. Was zum Geier? Freude ist ganz meinerseits. Also, wie gesagt. Ich habe die Kommandantin aus Canva holen lassen, um sie unter Vertrag zu nehmen. Victor sagt, ihr hättet abgelehnt. Angeblich, weil ihr keine Männer mehr habt. Ist das wahr? So wahr ich vor euch stehe. Die Adligen haben alle unsere besten Kämpfer verpflichtet. Und nicht nur von uns rotschwingen. Ihr kennt die sieben Hohenhäuser? Jedes hat gut drei Dutzend Schwerter unter Vertrag. Ein paar Knaben hätten wir noch übrig, falls die euch reichen sollten. Also, Konrad. Du wirst doch nicht allen Ernstes behaupten, dass irgendwelche Hänflinge die Stadt besser verteidigen könnten als Dali Mills tapfere Bürger. Dass ein Haufen bartloser Bengel eure gefallenen Kameraden rächen soll, statt dass ihr es selbst tut? Nur über meine Leiche. Die sollen auch sehen, mit wem sie es zu tun haben. Kaum zu glauben, dass das funktioniert hat. Voll angelogen. Konrad ist nicht unbedingt die hellste Kerze im Leuchter. Und ich wusste schon, warum ich dir statt Sid die Sprechrolle gegeben habe. Hut ab, Teuerste. Ist nicht die hellste. Okay. Dann lasst uns diesen Unholden gemeinsam zeigen, dass mit Dali Mills... Nicht die hellste Kerze im Leuchter. Nun sieh sich einer meinen Laden an. Auftrag... Ja. Wenn ich meine Hacke gehabt hätte, dann hätte ich... Ja, genau. Ich meine, irgendetwas wird man schon noch kaufen können. Ah, da ist er ja. Natalje, dürfte ich vorstellen? Lord Underhill von Randellas renommierter Kaufmannszunft. Was? Äh... Lord Underhill. Zu euren Diensten. Underhill. Ich habe gerade von unserer jüngsten Unterhaltung berichtet, Milord. Und davon, wie ihr die Lage der Händler in der Hauptstadt beklagt habt. Lubor behauptet, dass die Kornspeicher so gut wie leer seien und der Krieg und die Fäule so verheerend, dass die Ernte nicht reichen wird, um sie für den Winter zu füllen. Ganz recht, leider. Genau so ist es. Der Adel der Hauptstadt kauft die gesamten Vorräte an Gerste... ...und weinen, was die Preise in Höhen treibt, die das Volk nicht zahlen kann. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bauern rebellieren. Es ist dramatischer, als ich dachte. Wenn es stimmt, was Lord Underhill sagt, dann... ...fürchte ich, haben wir kaum eine Chance, unsere Lager aufzufüllen. Und wenn sie auch noch so leer sind. So sehr ich es begrüße, dass du versuchst, unsere kriegerisch veranlagten Kameraden von ihren Rachegelüsten abzubringen, ...fürchte ich doch, dass Konrad recht hat mit seiner Einschätzung, dass die Banditen zurückkehren könnten. Was bedeutet, dass wir jetzt, mehr denn je zuvor, sichern müssen, was uns an Habseligkeiten bleibt? Essen, Waffen, Kräuter, alles. Wenn unsere bescheidene Stadt nicht nur im Hinblick auf diese Prüfung, sondern auch in Zukunft bestehen soll, müssen wir zusammenhalten. Also gut, es geht um die Verteidigung meiner Heimat. Ich bin dabei. Gott sei Dank. Aber den Zirkus hier hättet ihr euch sparen können. Fuck. Den Zirkus hier hättet ihr euch sparen können. Ihr hättet sofort durchschaut. Live. Dein Auftritt war ja fast eine... Offenbarung. Sie hat alles durchschaut. Na, es war ja auch nur fast eine Offenbarung. Gewirkt hat es trotzdem. Meine Speer sollten bald zurück sein. Wir treffen uns im Dornenkuss und... ...dann sehen wir, wie es weitergeht. Na, immerhin. Ich bin in den Verdacht, dass unser Gastauftritt nicht nötig gewesen wäre. Konrad... Was, Konrad? So. So. Oh nein. Kein Problem. Die Renditen rücken wohl in zwei Gruppen an. Eine aus dem Süden und eine aus der Wüste. Zweifelsohne mit der Absicht, unsere hauchdünnen Abwehrkräfte überzustrapazieren. Schon verstanden. Jill und ich übernehmen die Wüste. Und den Süden... Den Süden, mein Freund, verteidigen wir. Die Bürger. Ich weiß, wir gehen hier ein Wagnis ein. Aber wenn das hier Dali-Müll nicht eint, was dann? Du legst da eine Menge Vertrauen in diese Leute, die sich vor ein paar Minuten noch gegenseitig an die Gurgel wollten. Ach, hab Vertrauen. Dann wird es an uns liegen, dafür zu sorgen, dass sie ihre Gegner nicht verwechseln. Und ja, ich meine uns. Ich wusste, dass das kommt. Wir versuchen euch Zeit zu verschaffen. Das versuchen wir auch. Das kriegen wir hin. Ach, kommt schon, Jungs. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, muss ich noch kurz ein Spard. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank. 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 Ja, ich habe die Pflanzen zertreten. Habe ich im Arsch drauf gesetzt. Vielen Dank. Ich habe die Pflanzen zertreten. So, schon fertig. Ich habe die Pflanzen. Ich habe die Pflanzen zertreten. Ich habe die Pflanzen zertreten. Die Pflanzen gehen ja schon durch. Die Pflanzen gehen ja schon durch. Ah, ich habe die Pflanzen zertreten. Ich habe die Pflanzen zertreten. So, ich habe die Pflanzen. Ich habe die Pflanzen zertreten. Ich habe die Pflanzen zertreten. Ich habe die Pflanzen zertreten. Ich habe die Pflanzen. Ich habe die Pflanzen. Ich habe die Pflanzen. Ich habe die Pflanzen zertreten. Ich habe die Pflanzen zertreten. Ich habe die Pflanzen zertreten. Ich habe keine Taschen zertreten. Dann sind einmal auch nix. Tor der Büßer. Намlose Kirche. Kaiserliche Jagdgründe. Also müsste es hier irgendwo sein. injectionov nein oder es nicht immer wieder Suspeln und Die Kaiserlichen hatten wohl keinen Bedarf mehr an euch. Ich bin zwar Tierfreund, aber kein Tierfutter. Irgendwo hier sollte man falsch abgebogen sein. Und dann soll hier ein Riesenbomber rumgeeiert sein. Verstehe ich zwar nicht, aber okay. Verstehe ich nicht. Die Schwingen sehen cool aus. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. genaues gezeigt wird. Aber nicht, weil ich es generell schlecht als Gameplay-Element finde, sondern einfach nur, weil ich halt gerade präsentiere und gefühlt so ein bisschen in Zeitdruck bin. Aber ich glaube, da mache ich mir die Spiele selbst so ein bisschen kaputt. Ich persönlich finde das Suchen gar nicht schlecht. Ja, das hat was. Man lernt da so ein bisschen die Spielumgebung kennen. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Was ich eben noch sagen wollte, habe ich vergessen bei diesem ganzen Geschwätz, äh, Real Talk. Die Frage ist Wollen wir die Nebenquests machen? Also gemeinsam machen, oder soll ich die gegebenenfalls alleine so ein bisschen machen? Ich bin mir da selbst nicht so ganz sicher. Ich bin dirust, wie sie Also mit den Nebenquests oder jetzt mit der Hauptstory? Darum geht's mir. Ob ich jetzt einfach nur die Hauptstory rushen soll, dass wir weitermachen, oder ob wir jetzt auch so ein paar Nebenquests machen sollen. Beziehungsweise ob ich die halt on- oder offscreen machen soll. Nebenquests sagst du? Ja, die sind nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, die sind nicht schlecht, muss ich sagen. Ich dachte, ich suche diese scheiß Krabbe... Äh, ich suche diesen scheiß... Scheiß Stalos. Ich dachte, ich mach so wenig Damage, aber dieses Hellrude ist das, was ich gerade gemacht habe. Da hab ich mich auch so ein bisschen gerade verschätzt. Da hinten ist noch was Größeres, aber das sind nur Raptoren, nehm ich an. Ich will zwar nicht sagen, aber... Läuft gut. Was? Alte Schulden? Nein, will ich doch gar nicht. Wissenschaft 3. Was sind die kaiserlichen Jagdgründe? Wir müssen mal gucken, was passiert, hier hinzukommen. Ob da vielleicht irgendwas ist? Weil es wurde gesagt, bei den kaiserlichen Jagdgründen falsch abgebogen. Mehr wurde auch nicht gesagt. Aber da war er! Wer er Ja muss ich wirklich Jet tun sein. Ja! Ja! Der werden ¡ka havt! Enσεin outfits! Pois incar! Der kleine Satellit ist übel. Vielleicht bringt mir das auch ein bisschen Fertigkeitspunkte. Äh, okay. So, warte mal, was habe ich hier gemacht? Licht schwingen. Ja, Impuls, nein. Flair-Atem, nein. Satellit. Das sind die beiden Sachen, die ich benutze. Da brauche ich auch einen Tausender. Habe ich noch irgendwas von Phoenix offen? Nee, ne? Schade, dass man sich uns endlich verbessern kann. Oh, da ist ja wieder so ein Riesenvieh. Und hier sind sehr komische Viecher. Da ist ja. Alter, zwei Satelliten ist übel. Ich habe auch gedacht, man könnte es unendlich verbessern. Das Spiel ist cool. So insgesamt. Alter, mega Flare Level 3. Ich kann es auf Level 3 machen. Level 4. Oh, das ziehen wir durch. Aufgeschissen. Was ist 100 MPFS? Mega Flare. Alter Schwede. Alter, der arme Drache. Das ist noch ein Babydrachen. Der wollte doch nur spielen. Alter, Lichtschwingen sind so der Burner. Der hat nur aufs Maul gekriegt. Ich glaube, bei denen könnte sich das lohnen. Ja, kommt drauf. Geschissen. Ahahah. Ich hoffe, es kann interessieren. Woah. Ich werde das Ding. Das war's für heute. Das war's für heute. So, haben auch den Bruder fertig gemacht. Die ganze Familie ausgerottet. Dann bin ich echt überfragt. Wenn's hier und hier nicht ist, dann weiß ich nicht, wo's den geben soll. Ich will hier mal was probieren. Aber ich glaub, da wird auch nix passieren. Werbung läuft. Die Werbung beschreibt... Äh, Werbung... Werbeunterbrechung. Ach so. Hier war ich ja noch gar nicht. Interessant. Ich kann hier aber nicht überall entlanglaufen, verstehe. Ist hier relativ einseitig. Mir wird jetzt angezeigt, wenn Werbung gezeigt wird. Und sagt dann, deine Community ist zurück. Interessant. Ich muss gucken, wie viel Uhr es ist, dass wir den... Twitch halt. Hier soll irgendwo so ein komisches Vieh sein. Hier könnte ich mich niedersetzen. Schön hier, wenn's ein bisschen aufgeräumt und schick wär. Warum nicht? Muss ich den irgendwie anlocken? Nope. Das sieht hier so interessant aus. Das ist er. Teure Majestät. Es ist mir eine Ehre. Das ist mir eine Ehre. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Au! Das ist halt... ja. Amazon. Ja. 9000 Money. Bomberglut. Ihr habt abgedankt. Bleibt nur noch die Asche. Eine Hand voll hätte ich. Mal sehen, ob ich noch mehr finde. Was hast du gefunden, Torgal? Wer braucht als das? Kann er selbst gehen. Komm, nochmal streicheln. Nee, okay. Dann halt nicht. Torgal ist genügsam. Ist ein guter Hund. Den würde ich auch auf keines... ...auf keinen Fall hier eintauschen wollen. Bin ich ganz ehrlich. So, dann gehen wir mal hier hin. Machen das weg. Dass wir da durch sind. Und dann helfen wir den Leuten in der Wüste. Wir haben nämlich auch teilweise... ...nicht undringende Probleme. Also, wenn du mich fragst, braut sich da was zu sagen. Ach, Jiffy. Sind da eigentlich die kleine Blonde? Oh, hallo, Sid. Wie läuft die Jagd nach der Bomberasche? Schon erledigt. Ich werde verrückt. Und gleich so viel davon. Das reicht, um den Alembik eine halbe Ewigkeit vor sich hin blubbern zu lassen. Du bist der größte, Sid. Ich hab's ja schon immer gesagt. Also gut. Dann mal rein in den Alembik damit. Ich würde sagen, nimm so viel, wie du brauchst. Und den Rest zum Wasserfiltern. Unser Werk ist vollbracht. Der Telamon-Alembik. Und der funktioniert genau, wie Mitt es gesagt hat. Beeindruckend. Und das von dem Mann, der einen hochexplosiven Feuerball zerhackt hat. Da fällt mir ein, ich muss dich noch belohnen. Ach, das brauchst du nicht. Schließlich nützt der Alembik dem ganzen Versteck. Hab dich nicht so. Lass mich doch mal deine Tasche anschauen. Die mit deinen Heilmitteln. Ich glaube, ich könnte da was zaubern. Oh, ich glaub, das war richtig gut. Dass wir die zwei Dinger gemacht haben. Nun, ich habe beim Testlauf mit dem Telamon-Alembik eine Substanz isoliert, von der ich glaube, dass sie selbst das härteste Leder geschmeidig wie Seide macht. Eigentlich wollte ich damit alte Stiefel auf Vordermann bringen. Bisschen Geld sparen und so. Aber wenn wir davon etwas auf deine Tasche geben, dann wird sie bestimmt elastisch genug, dass ein paar Flakons mehr reinpassen. Das war richtig gut. Ein Versuch ist es wert. Meine Rede. Warte einen Moment, ich bin gleich wieder da. Das war richtig gut, Justin. Dass wir das jetzt durchgezogen haben. Unsere Heilung macht, unsere Heiltränke machen mehr. Heilen mehr. Und jetzt können wir sogar noch mehr Flakons tragen. Und? Was sagst du dazu? Wenn das jetzt doppelt so viel... Der ist nicht so gut im Sprechen. Das merke ich mir. Ja, den merke ich mir wirklich. Und Stufe erhöht. Nice. Inventar vergrößert. Heiltränke. Ja, plus sechs. Zwei Heiltränke mehr. Ein Supertrank. Alter, das ist... Nicht schlecht, Herr Specht. Finde ich gut. Ich wollte es eigentlich nicht machen. Mit den ganzen Sachen. Mit den ganzen Nebenquests. Aber hat sich bis jetzt gelohnt. Die Heilpflanzen, die uns... Ähm... Ja. Heilpflanzen und Inventarplatz. Tatsächlich. So, dann will ich nochmal zur Tante vom Götz gehen. Götz ist echt übel. Du musst theoretisch nur ein Buchstaben austauschen und ein Buchstaben hinzufügen. Ne, du musst zwei Buchstaben hinzufügen und ein umwandeln. Ne, ein Buchstaben. Dann hast du meinen Nachnamen. Seh mal an, du lebst hier noch. Na klar. Hast du viel Gil in der Tasche? Halt deinen Maul, du alle Schrapnelle. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Warst das schon? Immer. Erst holt sie rum. Mir würden sie arm machen. Dann holt sie rum. Das war's schon. Also irgendwas passt da nicht. So, jetzt sind wir aber gewappnet. Kommt, Kiddies. Da kommen schon die Weiber aus der Stadt gerannt. Den übernehme ich. Alles klar, Jill. Alter, Jill ist sauer. Und das zu Recht. Die Jill ist dreimal so stark wie du, du offenscheiße. Das war's. Das war's. Überrennen? Ja, das kann ich auch Alter, ich hab Drachenflügel vor euch und ladet irgendwas auf Ich als normaler Mensch Als wirklich stinknormaler Mensch Hätte gesagt, ich zieh zu, dass ich da wegkomme Oh Bebe Allison. Das war's für heute. Werd nicht frech, du Lümmel Das war auch ganz lustig Das war ein Beitrag auf Facebook Da hab ich Da hat so eine Gaming-Seite Ja, in welcher Spielewelt würdet ihr leben? Und alle natürlich Ja, in der Welt von Witcher In Skyrim und was weiß ich Und ich denk mir da so Ja, ihr müsst die Frage genauer Was denkst du? Dass wir uns beeilen sollten Ich hab da so gesagt Manche waren realistisch und haben gesagt Ja, Digimon-Welt Digimon-Welt ist jetzt auch nicht unbedingt Eine Welt, wo ich leben würde Die anderen wollten in der Pokémon-Welt leben Das fühlte ich eher Aber an sich Muss man ja eigentlich fragen Ähm Oder was für Voraussetzungen Ich meine, wenn ich jetzt fragen würde, Justin In was für einer Spielewelt würdest du leben? Lass dir mal deine Antwort geben Ich muss mir die entschuldigen Deinem Einsatz Verdanken wir es, dass die Schenke noch steht Ohne dich hätte es gar keinen Einsatz gegeben Du hast uns gerettet Uns und die Stadt Wir haben sie gerettet Da hat aber einer seine Meinung geändert Wird glaube ich schwer Stream war kurz gemutet Ich hab nichts gemerkt Sorry Ich hab gemeint Es gab mal Ich hab mal bei Facebook Einen Post gelesen Wo ähm Wie heißt's In was für einer Spielewelt würdet ihr leben? Und ich hab dann so gemeint So wenn man es genau betrachtet Lässt sich die Frage gar nicht so einfach beantworten Da ist halt die Frage In welcher Spielewelt würdest du leben? Manche Leute wollten halt in die Welt von Witcher Skyrim etc Also so schöne Welten Ähm Manche waren Waren halt so Anime-Welt So Digimon One Piece Oder Pokémon Wo ich sagen muss Pokémon fühle ich eher Meine Frage hier allerdings ist Ähm In welcher A Spielewelt würdest du leben? Und zweitens würdest du da mehr mehr Äh So aus dem Stehgreif Hätte ich Genshin genommen Weil es dort einen schönen Regenwald gibt Ja ich liebe Regenwälder Oder Pokémon Ich zum Beispiel muss ganz ehrlich sagen Ich würde vorher gerne wissen Wie ich in der Welt lebe Bin ich zum Beispiel In den äh Kann ich sterben? Bin ich wie der Held Der zwar Game Over gehen kann Aber weitermachen kann? Ich schaffe jeden der nicht selbst behandelt werden muss Zu dir um den Verwundeten zu helfen Dafür wäre ich möglich sehr dankbar Auftragsvorschritt Äh ist doch scheiße Die zweite Frage wäre natürlich Ähm Habe ich Superkräfte? Würde ich jetzt so wie ich jetzt bin Sein? Dann wäre zum Beispiel so Welten wie Gut One Piece Hm Wäre vielleicht auch eher normales Leben Ne Weil ich dann ja nicht aufs Meer fahre Und somit den Schutz der Marine hätte Bei Digimon Bin ich jetzt nicht so ganz Sicher Ob das wirklich eine gute Idee ist Weil da kann ich ja theoretisch auch An jeder Ecke Irgendwas Umklatschen Pokémon würde ich eher fühlen Weil du da ja mit Pokémon unterwegs bist Also da ist nur so ein bisschen Fürsorge und Wissen Gefragt Um dort zu überleben Ähm Das könnte man ohne Weil Ash hat ja auch keine Superkräfte Wenn ich jetzt allerdings wie Geralt wäre Der Hexer Dann würde ich sagen Okay Das sieht anders aus Ansonsten Wenn es wirklich heißt Mit der Fähigkeit die ich jetzt hab Ohne Unsterblich zu sein Und der Himmel sieht immer noch aus Wie ein zwei Tage alter Tritt in die Nieren Von daher Ich würde sogar sagen Harvest Moon vielleicht Also nicht das mit dem Himmel Aber du weißt was ich meine Jetzt ist nicht der passende Zeitpunkt Für Zweifel Stattdessen Solltest du nach Joshua sehen Taya sagt Dein Bruder ist wach Danke Otto Also eher so Stardew Valley würde mir auch noch gefallen So als Beispiel Wenn ich jetzt sagen würde So wie ich jetzt bin Wie ich jetzt hier sitze Einfach In eine andere Welt teleportet Dann würde ich halt eher was ruhiges Friedliches nehmen Animal Crossing vielleicht Obwohl auf Dauer wird mir das glaube ich Komplett ohne Menschen Zu einsam Dann Olivier Ultimas Marionette Und als Dion dies erfuhr Wollte er ihn niederstrecken Doch sein Vater warf sich in den Speer Der ihn befreien sollte Worauf Dion sich selbst vergaß Kein Wunder Dass er nicht aufwacht Ich hätte auch Angst davor Hätte ich ihn doch nur früher gewarnt Vor der Bedrohung durch Ultimas Plan Doch nun Liegen ein Reich Und sein Prinz In Scherben am Boden Aber er lebt noch Joshua Was weißt du über Ultima Sehr wenig Befürchte ich Selbst nach so langer Zeit Vor 18 Jahren Lag ich unter den Trümmern Des Phönix Tors begraben Als meine Reise